Die Sonne erscheint in der Sonne und ich habe auch den Lacken zu fliegen, es blendet so viel. Die Sonne blendet so viel. Wieso ist da ein Reifen drauf? Guck mal, guck mal, wie soll es fliegen, der Papierflieger? Ja. Ich dachte schon, es fliegt da rein. Und dumm, welchen Fenster? Afrika, ich meine, in Deutschland ist viel besser, ne? Was für ein großer Empfänger! Afrika ist viel kleiner Empfänger, ne? So einen großen Empfänger braucht man nicht, meine ich. Das ist nicht gut. Ja, Samuel. Sie gehen doch gar nicht krass. Sie können doch noch fahren, oder? Ja, Sie können doch warten, bis die Autos weg sind. Denn, ja. Ja. Wer tut es hier keine Ampel? Ja. Dann gibt es hier beste Papier. Ich hab nur, guck mal, das Groll. Das soll ein Ampel sein. Guck mal, das soll ein Ampel sein. Ein Grolli? Und das hier, siehst du schon? Ja, das. Und dann ist nur das Krankenhauszeichen, denke ich. Das zeigt halt, dass das Krankenhaus ist. Das bedeutet, dass es das Krankenhaus ist. Und dann ist das Krankenhauszeichen. Und dann ist das Krankenhauszeichen. Und dann kann man auch nur einen brauchen, ne? Ja. Ja. In Italien. Und dann ist das Krankenhauszeichen. In Italien. Und dann ist das Krankenhauszeichen. Also, das ist eine Pfarrer-Unteranny.